Tag, liebe Tierfreunde, ich habe mal wieder ein weiteres Video für euch fertig. Und zwar geht das heute um den Storch bei uns im Landgebiet. Da ist der Storch natürlich jedes Jahr liebt es zig Nester. Und einige davon, die habe ich für euch aufgesucht. Und genau das Video, das könnt ihr euch jetzt heute anschauen. Viel Spaß damit. Schaut mal, der Storch ist wieder da. Ich zoome euch mal ein bisschen ran hier. Sehr schön. Schaut mal, der Storch ist wieder da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich wollte euch hier oben nochmal den Storch zeigen. Und da sind wir auch schon wieder am Ende von dem Video. Ich hoffe doch euch hat das ganze gefallen. Unsere Storche die haben sogar einen GPS Sander und man hat gesehen, dass sie bis Marokko und auch Syrien fliegen. Die meisten allerdings, sie sind sogar unterwegs bis nach Südafrika. Und wenn euch das ganze gefallen hat, würde ich mich wie gesagt über einen Daumen nach oben freuen. Hier lasse ich noch das ein oder andere Tiervideo laufen, ebenso wie dort. Dort unten entscheidet der Algorithmus, vielleicht habe ich da ja ein tolles Video, was euch auch interessieren könnte. Und hier könnt ihr natürlich das Abo setzen, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Das war es von mir. Tschüssi Leute, bleibt gesund und auf Video sehen.